Herzlich Willkommen im Gelben Saal nach dem Abendessen. Ich hoffe, ihr hattet alle eine gute Pause und seid erfrischend für den Abend. Vor einigen Jahren hat die Digitale Gesellschaft einen Generator für Datenauskunftsbegehren ins Internet gestellt. Es freut mich sehr, dass ich heute Gabriel Kowalski begrüßen darf. Er hat diesen Datenauskunftsbegehren-Generator ausprobiert und erzählt uns von seinen Erwartungen und der Realität, die sich dann gezeigt hat. Bitte begrüßt ganz herzlich Gabriel Kowalski. Ja, danke Benni. Ja, Datenschutzauskunfts-Generator ausprobiert. Mal geschaut, was passiert. Ich bin da jetzt ganz naiv an die Sache herangegangen. Und habe mal überlegt, was für Erwartungen kann man da haben, wenn man einen Datenschutz-Generator bekommt und dann nutzt. Naja, also man erwartet, dass man die Daten dann auch bekommt natürlich. Aber was ist eigentlich so die Grundlage? Wieso erwarten wir das eigentlich? Das ist so ein bisschen so ein gesellschaftlicher Vertrag. Also man sagt so, ja, wenn jemand persönliche schützenswerte Daten über dich verarbeitet, dann macht er das auch in einem guten, frauensvollen, integren Weg. Und wenn du dich davon überzeugen möchtest, ob das alles korrekt ist, dann kannst du da mal hingehen und mal fragen und reinschauen. Du kriegst eine Kopie vielleicht. Du kannst vielleicht Missverständnisse korrigieren. Das ist auch so ein bisschen so das Zitat von Edeb. Die kümmern sich um den Datenschutz beim Bund. Und die sagen so grundsätzlich, jede Person hat das Recht zu erfahren, welche Daten über sie gespeichert sind. Um sie eben zu korrigieren oder zu löschen, wenn es ein Blödsinn ist. Ganz einfach. Im Endeffekt ist es einfach das Recht, ein Datenauszug zu bekommen. Was Hauptsache da immer nicht. Das ist ein bisschen Privatsphäre, wird nicht so ganz im Datenschutzkontext gesehen. Aber ich finde, das ist schon ein relevanter Aspekt. Das findet sich eigentlich in jeder Verfassung in der Schweiz wieder. Bundesverfassung, Kantonsverfassung. Ich habe es nicht lange gecheckt, aber die meisten haben das drinnen. Dass grundsätzlich jede Person den Schutz seines Familienlebens, seiner Wohnung, grundsätzlich diese Privatsphäre-Geschichte, muss geschützt werden. Heißt, Datenauszüge zu Elementen, die theoretisch Rückschlüsse auf deinem Privatleben führen könnten, könnte man jetzt meinen, wäre die Erwartung, dass die auch geschützt sind. Was könnten das für Elemente sein? Also erstens natürlich Fotos. Also jeder macht die ganze Zeit Fotos vom Privatleben, wenn irgendwas Tolles passiert. Oder auch nicht. Je nachdem. Geldtransaktionen logischerweise. Chats sind so quasi unser heutiges Privatleben im Endeffekt. Website-Zugriffe und Ähnliches. Also im Endeffekt kann man aus diesen Informationen eigentlich so das Privatleben rekonstruieren, würde ich sagen. Also mit wem hast du geredet, wohin hast du Geld geschickt, von was hast du Fotos gemacht, welche Webseiten hast du besucht. Da kann man schon ein sehr umfangreiches Profil erstellen und sich aber auch ein gutes Bild über deine Privatfälle erlangt. Jetzt ist es so, die Datenschutzauskünfte zu verlangen, das ist immer so querulant. Aber der will jetzt schon wieder irgendwie Datenauszug. Der will das schon. Macht ja keiner. Kein Volkssport, auch nicht in der Schweiz oder in der EU vielleicht ein bisschen stärker, aber nicht wirklich. Das ist nicht so ein beliebtes Thema. Hey, wir greifen uns am Wochenende und machen Datenschutzauskünfte. Das macht man nicht. Deshalb vielleicht so ein bisschen, was ist eigentlich das Motiv dafür, Datenschutzauskünfte überhaupt zu verlangen. Also man sollte halt schon ab und zu mal, vielleicht so einmal im Jahr, einmal fünf Jahre mal nachschauen, was die Leute sich so notiert haben über einen. Bewusstsein, welches Bild man sozusagen bei Dritten, die Dritten kommen heute ein bisschen öfter vor, anhand deiner Daten von dir erhalten können. Also sozusagen das Bekämpfen falscher Meinungen über deine Person. Zum Beispiel irgendjemand macht ein Referat über irgendwelche, was weiß ich, über die Drogenszene in Zürich, hat ganz viele Drogenhändlerfotos in seinem Fotostream drinnen. Alle sicher Drogenhändler. Dabei hat er einfach nur einen Beitrag geschrieben für die Zeitung, für irgendeine Schule, für irgendeine Uni, wie der Status ist und hat einfach recherchiert. Also das ist der Eindruck und die Realität ist nicht immer die gleiche. Deshalb ist es auch wichtig, so Einsicht in diesen Notizen, auch von Kundenbetreuern, von Sachbearbeitern und die Bereinigung dieser Mitarbeiterfehler. Mitarbeiter machen Fehler. Die klicken vielleicht irgendwo ihren Faschitzkartel an, die schreiben irgendwie in die Notiz beim falschen Kunden hinein. Also es gibt viel Potenzial. Und falls jemand das wirklich auf die Spitze treiben möchte und mal nachschauen möchte, was für Datenregister es in der Schweiz gibt. Da gibt es die öffentliche Stelle DataRig Admin.ch. Ja, also kann man schon mal ein bisschen erstrecken, wie viele Datenbanken es da gibt. Ja, genau. Das ist so ein bisschen das Motiv. Aber schauen wir uns mal an, wie so ein Datenauskunftsgenerator denn überhaupt aussieht. Das ist so das Tool, das ja in die digitale Gesellschaft zur Verfügung gestellt ist. Das ist so easy. Also man kann hingehen und sagen, ja, was habe ich jetzt eigentlich vom Adrechthandel, was für Daten haben die von mir? Ist da vielleicht Käufverhalten drinnen? Ist es korrekt, was da drin ist? Gastrodaten? Kreditauskünfte würde ich auch schwerst empfehlen, falls jemand irgendwo einen Kredit beantragen möchte. Vielleicht hat irgendein Händler oder so, der einen negativen Eintrag irgendwo verpasst, weil du zu viel Gewährleistung auf defekte Produkte verlangt hast und sich da irgendwie... Er hat vielleicht dadurch Verlust gemacht oder so. Man weiß es nicht. Kundenkartenanbieter. Ist auch mal interessant, was die überhaupt speichern über einen. Mobilfunkprovider. Auch sehr empfohlen. Mit wem habe ich definiert? Welche SMS gibt es? Location-Daten. Da gibt es viel Presse auch dazu. Mobilität, Onlineportale, WLAN-Anbieter. Also ganz easy zum Mund zu verwenden. Klickst du drauf, suchst dir einfach aus, schickst es weg. Fertig. Also so die Theorie. Ich habe jetzt einfach so relativ salopp nachgelegen und überlegt, ja, wen soll ich da jetzt aussuchen? Ich kann mich jetzt, also für diesen Vortrag, kann ich sich 100 Leute anschreiben. Es wäre vielleicht interessant, irgendwie so mit Firmen in Kontakt zu bringen, die vielleicht potenziell viele Daten über mich haben. Also habe ich dann kurz nachgeschaut und überlegt, ja, wen nehme ich denn da? Überlegt, okay, machen wir mal eine Bank. Eine Bank weiß sehr viel über einen. Dann gibt es noch diesen Graubereich der Zahlungssysteme. Die sind keine Bank per se. Dann gibt es Internetanbieter, Mobilfunkanbieter und Pakettransportführer. Ja, also ich habe jetzt den Namen jetzt nicht hingeschrieben. Das werdet euch am Ende des Vortrags vielleicht klarer werden, wieso. Aber was interessant ist, ist, wieso eine Firma konnte ich nicht anfragen. Ich konnte nicht anfragen Apple oder Google. Jeder verwendet die. Jeder hat die quasi jeden Tag in der Hand. Das wäre eigentlich die Firma Nummer eins. Hey, bloß. Apple, sag mir, was du über mich hast. Ich habe mal kurz nachgeschaut, weil ich kann ja keine Datenschutzanfrage stellen. Wir haben jetzt keine rechtliche Station hier in der Schweiz. Ich kann sie jetzt nicht zwingen, hier eine Auskunft zu geben. Also habe ich mal angeschaut, was setzen sie denn für Regeln ein? Also was sagen sie, was versprechen sie mir denn, wenn ich zum Beispiel deren Cloud verwende? Und das ist ganz interessant. Also du erklärst dich grundsätzlich bereit, dass sie da rumstöbern können, so viel sie wollen. Also Apple direkt ist schon mal, ja, weiß nicht. Apple-Mitarbeiter gibt es auch hier in der Schweiz. Also wo du willst. Und die Inhalte habe ich ja schon gesagt. Das sind jetzt Fotos, Nachrichten, iMessages. Das ist alles, was zu dem Apple-System alles dazugehört. Und da kommen schon wieder diese sonstigen Dritten hinzu. Und auch interessant ist, wenn Apple der Meinung ist, das ist eine gute Idee, dann geben sie ihnen deine Daten. Also das ist so relativ, das ist jetzt eigentlich ein Freibrief für jeden, der dich gut mit Apple versteht. Das Gleiche bei Google Drive. Google hat es ein bisschen besser formuliert. Es ist ein bisschen strenger vom Text her, was sie schreiben. Sie beschränken es konkret eher so auf diese offiziellen Stellen des Staates, so Strafverfolgung und Co. und solche Sachen. Aber hier ist auch ein bisschen so dieses, wenn wir davon ausgehen dürfen, wenn es unsere Meinung ist, dass das eine gute Idee ist, dann machen wir das. Jetzt könnte man sagen, ja, die sollten das halt ändern. Die sollten das besser machen. Das ist ja nicht okay, wenn die jetzt so nach ihrem Gutdünken sozusagen entscheiden, was mit unseren privaten Daten passiert. Ich glaube, also meine persönliche Meinung, ich glaube, die weisen hier im Endeffekt auf eine Sicherheitslücke hin, aktiv. Und die sagen so, ja, wenn uns ein Staat sagt, das ist rechtens, dass wir diese Daten ihm zur Verfügung stellen, dann müssen wir das einfach akzeptieren. Also es ist nicht so, dass die jetzt urteilen, wie quasi der Staat seine Bevölkerung behandelt. Das ist jetzt so meine Interpretation davon. Es kann natürlich auch sein, dass Apple mit Dritten auch Aktionärer meint. Das weiß ich nicht. Ich habe geschaut, es gibt keine Definition von Dritten. Also wissen wir es nicht. Also, wie gesagt, sehr offen gehalten. Aber überlegen wir uns mal, wie funktioniert jetzt eigentlich der Prozess der Datenauskunft? Bei Big Tech funktioniert er eben nicht so gut, aber die liefern dir quasi ein Online-Formular. Du kannst dir keinen eingeschriebenen Brief schicken, also du kannst das. Ich habe es nicht gemacht, wenn es jemand versuchen will. Dann sagst du mir, wie es gelaufen ist. Aber grundsätzlich liefern sie dieses Online-Formular, das fühlst du aus. Und dann sagst du, ja, Moment, Zeit X, dann kriegst du einen Link, dann kannst du das alles unterladen. Und das ist für mich so ein bisschen so, wieso muss ich jetzt warten? Ihr schickt X Millionen E-Mails pro Sekunde raus. Daten werden hin und her geschoben. Milliarden Datencenter-Transaktionen finden statt. Aber ich muss jetzt für meine Datenanfrage zwei Wochen warten. Was ist da los? Also ich kann es nicht nachvollziehen, es ist auch nicht erklärt, wir brauchen jetzt zwei Wochen, um Punkt, Punkt, Punkt zu machen. Also das ist jetzt Spekulationsraum jetzt, kann man sagen, wozu. Aber es macht ein bisschen, wenn man sich so überlegt, was könnte das sein? Dann könnte es eine Moderation sein, dann könnte es eine Datenbereinigung sein. Die sagen, das müssen wir, vielleicht auch Service. Man kann es als Service-Gedanken sehen. Die löschen alles, was blöd war, bevor sie es dir geben und, wie sagt man, bereinigen die Situation, bevor du quasi eskalieren musst. Eigentlich für die Menschen per se, so eigentlich freundlich. Also eine Eskalation weniger auf der Welt. Ja, das ist so die Big-Tech-Style-Geschichte. Das kann sich aber eben nur Google leisten, man kann sich nur Apple leisten. Facebook ist auch dabei, bei diesen Online-Formularen. Aber grundsätzlich, wenn du jetzt mit einer Schweizer Firma arbeitest, dann hast du sozusagen so eine Grundstruktur von einem Datenschutzauskunftsantrag. Sagst du, hey, ich möchte meine Personendaten. Darum geht es eigentlich, alles, was mit meiner Person zu tun hat. Dann will ich wissen, hey, woher hast du das überhaupt? Dann will ich wissen, hey, aus welcher Rechtsgrundlage darfst du das überhaupt speichern? Oder bearbeiten? Wie lange brauchst du das? Oder wie lange behältst du das? Und an wen hast du die Daten weitergegeben? Das ist schon mal so eine schöne erste 360-Grad-Sicht. Der Vorteil vom Generator ist ein bisschen, dass er dann ein bisschen weitergeht. Der sagt so, ja, in euren Datenschutzerklärungen habt ihr gewisse Datenkategorien schon deklariert. Und wir wissen also, dass ihr diese und diese Datenkategorien speichert. Also benennen wir sie schon mal im Antrag konkret, damit ihr das nicht vergesst. Also quasi, wenn ihr den Antrag liest. Dann gibt es noch ein paar kleine Raffinessen in dem Antrag. Es gibt einerseits das Ersuchen. Bitte bestätigen Sie mir, dass Sie mir alle Daten geschickt haben. Also die Vollständigkeit. Und bestätigen Sie mir auch, dass die Daten, die Sie mir geschickt haben, korrekt sind. Und ja, also das ist schon mal, ja, dazu kommen wir gleich. Auch eine Sache mit dem Ersuchen, man halt das vollständige Daten bei digitalem Medium. Also es gibt tatsächlich Firmen, die das schon machen, die dir wirklich digitale Daten zuschicken. In meinen, in diesen fünf Beispielen, habe ich es jetzt nicht geschafft, das zu bekommen. Aber das ist ja auch nicht Sinn. Ich habe jetzt hier von einer lustigen Bank hier ein Beispiel aus dem Generator, wie das aussieht. Dann quasi, wenn ihr dann drauf drückt und das ausdruckt. Da seht ihr ja oben eben diese klassischen fünf Punkte mit diesen, ja, meine Daten und Herkunft und so weiter und so fort. Und dann die ganzen persönlichen Datenkategorien, die Sie quasi wirklich schon gefragt haben, sagen, hey, das speichern wir auf jeden Fall. Ganz lustig fand ich die Straftaten unten. Das ist eine Bankstraftaten-Mail. Also ich überlege, ist das auch irgendwie sinnvoll? Weil wenn jemand die Bank überfallen hat, dann ist es vielleicht ganz gut, wenn die Bank sich das merkt. Okay, nicht so ein dufter Typ. Aber ich weiß jetzt nicht, was Sie damit machen. Das ist jetzt meine Vermutung. Es gibt ein bisschen so negative Punkte, so klassische und ethnische Herkunft, dass das eine Bank speichert. Ich weiß nicht, ob das in unserem heutigen Ethik-System 2023 noch einen Platz hat. Politische Einstellungen sind auch relativ kritisch zu speichern. Ich weiß nicht, ob das eine Bank wirklich braucht. Aber gut, Sie sagen, Sie speichern das. Gut, dann schauen wir uns mal an, was war das Ergebnis. Ich habe der Bank ein Schreiben geschickt. Ich habe ein Schreiben zurückbekommen. Das hat schon mal funktioniert. Überraschend, Sie haben mir quasi das Kundenprofil ausgedruckt zugeschickt und haben halt ein paar Sachen geschwärzt. Also es ist so, was für ein Kundenrating habe ich? Ist das jetzt gut oder schlecht? Ich weiß es nicht. Sensitivität, was das zum, also nicht was das bedeuten soll. Also hört er zu, wenn wir mit ihm reden. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ich werde jetzt Wikipedia zitieren, aber es führt zu nichts. Herkunft von Vermögenswerten, geschwärzt, auch seltsam. Bin ich jetzt ein Geldwäscher oder was? Also grundsätzlich, das sind alles Informationen, die rechtlich gesehen, also aus meinem Verständnis, jetzt die Erwartung gewesen wäre, hey, ihr zeigt mir etwas, was ihr über mich so gespeichert habt. Ja, Familiensituationen, also. Jetzt wird jetzt sowas geschwärzt, ganz komisch. Auch interessant, die Tonaufzeichnungen, Sie haben gesagt, die Tonaufzeichnung machen das auch ganz gut, wenn du zum Beispiel, es gibt ja diese Kontoeröffnungssituationen, wo du auch online über Apps und so weiter diese Kontos eröffnest. Du speichern sie, wenn du dann sagst, irgendwelche Details erwähnst, dass sie das haben. Also ich persönlich habe da nichts dagegen. Ich finde es so komisch, dass ich jetzt in die Filiale muss, um das zu bekommen. Also es scheint, also der Prozess nicht irgendwie, also nicht angekommen zu sein, dass sie die Daten auch herausgeben. Also ich weiß nicht. Meine Erwartung wäre jetzt, dass ich die quasi auf eine ACD oder so bekomme. Weiß nicht, ja, also sowas. Datenempfänger werden nicht konkret benannt. Also du kriegst dann so eine Liste mit A, Datenkategorie A, B, C, D, E. Das speichern wir alles. Und auch alles korrekt mit Dauer zu lang und so weiter und so fort. Und dann steht dann, wir geben es weiter an Dritte. Also das finde ich ein bisschen wild, muss ich sagen. Also diese Weitergabe an Dritte. Gut, ich habe das natürlich ugiert. Also ich habe mich, ich habe nochmal einen Brief geschrieben. Hey Leute, könnt ihr bitte diese Mängel beheben? Und sie haben dann auch nicht alles beim ersten Brief beantwortet. Also habe ich die Sachen auch noch nachgefasst. Sie haben es grundsätzlich vervollständigt, aber die Schwerzungen haben sie nicht dabeiweckt zum Beispiel. Also das, so ist die Situation. Beim Zahlungssystem war es auch ganz interessant. Ja, ich habe das immer so bei Einschreiben geschickt. Also du schaust, wo ist der Hauptsitz der Firma. Bei manchen, also das ist sowieso hinterlegt. Und dann schickst du es hin und dann wartest du. Dann habe ich gedacht, normalerweise versuche ich dann irgendwie so nachzufassen und sagen, ja, was ist da passiert? Also das stimmt nicht ganz. Ich habe eine Antwort bekommen, so hey, wir haben keinen Identitätsnachweis bekommen und solche Geschichten. Dann habe ich einen Schreiben bekommen, nein, habt ihr schon. Vielleicht schaut ihr mal auf Seite 2. Ja, dann, ja, also das war die erste Reaktion. Die zweite Reaktion war dann ein bisschen auch wild, fand ich. Die haben mich dann irgendwie angerufen und da drückte Nummer. Es gibt Leute, die erheben da nicht ab. Und die haben dann gesagt, ja, wir können dir die Daten nicht geben oder wir beauskunften sie nicht. Und du kriegst sie von der Bank und da, da, da. So Geschichten, haben sie mir erzählt. Und im Endeffekt hatte ich so, mein Eindruck, mein persönlicher Eindruck war so, ja, sie wollten am Telefon, vielleicht haben sie es mitgeschnitten, weiß ich nicht, von mir hören. Ja, ist okay, ich gehe zur Bank. Das war wahrscheinlich das, was sie hören wollten. Aber ich wollte ja nicht die Daten per se, ich wollte nicht den Datenauszug haben, wo dann drin steht, was sind die Transaktionen. Das habe ich dann tatsächlich auch von der Bank bekommen, sondern ich wollte wissen, was haben sie für Datenkategorien überhaupt über mich. Was speichern sie, an wen geben sie ihre Daten weiter, wie lange speichern sie ihre Daten und was die Rechtsgrundlage für die Bearbeitung. Und das war jetzt, wenn man da jetzt, auch habe ich keine Antwort bekommen, das war so die Situation. Genau. Und ja, beim Internetanbieter war es ein bisschen anders. Das war ein sehr freundlicher Datenschutzbeauftragter. Hat mich anscheinend schon gekannt. Ich habe hier auch, glaube ich, eine Urgenz gehabt bei ihm. Wir haben da nett geplauscht. Er hat mir alles erklärt. Sehr sympathisch. Grundsätzlich hatte ich das Gefühl, dass sie das nicht gewöhnt sind. Den ersten, mein Antrag hat irgendein Lehrling bekommen, der hat das irgendwie falsch bearbeitet. Das haben sie dann in die richtigen Wege gebracht. Hat ein bisschen gedauert, aber sie haben es dann wirklich beantwortet. Sie haben mir dann wirklich einfach alle Daten gegeben, die sie so im Bestellsystem und im Ticket-System gehabt haben. Was sich funktioniert zum Beispiel. Also das habe ich auch so eins zu eins kopiert und mir zu Führung gestellt. Was sie nicht gemacht haben, ist, sie haben die Datenweitergabe nicht deklariert. Ich weiß nicht genau, wieso. Konkrete gespeicherte Datenkategorien haben sie dementsprechend auch nicht deklariert. Also sie haben einfach, ich könnte sagen, sie haben es verlaupt bei Freis geschickt und damit ist gut. Aber sie haben auch die Bestätigung der Vollständigkeit nicht gegeben, sie haben nicht die Wichtigkeit bestätigt. Nein, Moment, das muss ich korrigieren. Sie haben die Bestätigung der Vollständigkeit gegeben, aber nicht der Wichtigkeit. Ja, vielleicht überliest man das öfter. Also man beides muss halt genau lesen, wenn man den Antrag in der Hand hat. Sie haben auch die Vorratsdatenspeicherung nicht kommentiert. Also es gibt ja sofort Datenspeicherungen und irgendwo gehen die hin. Das ist anscheinend nicht die Sache des Internetanbieters. Ja, und grundsätzlich war es eine sehr konstruktive telefonische Abwehr an dem Datenschutzbeauftragten. Sicher eine halbe Stunde geredet, wenn nicht eine Stunde. Also sehr interessant. Dennoch das Ergebnis nicht 100 Prozent. Also es ist immer noch so ein bisschen irgendwas nicht ideal, würde ich jetzt mal meinen. Der Mobilfunkanbieter war auch wild. Ich habe euch ein Einschreiben geschickt. Ich habe telefonisch logiert. Ich habe einfach nichts bekommen. Nein. Ich mag nichts. Ich muss dazu sagen, er versucht so diese Big-Tech-Formularsituation auszunutzen und sozusagen, hey, ich bin wie Google. Hier hast du ein Formular, das musst du nutzen und dann ist gut. Aber das Problem an dem Formular ist ja, dass ich ja nicht alle Rechte quasi, also verlangen darf in dem Formular. Ich ergibt mir einfach das, was er automatisch mir geben kann und das ist so. Ich habe aber einfach dieses Formular verwendet und ihm zugestellt. Und das wäre ja theoretisch rechtsbindend, dass er mir das innerhalb von 30 Tagen zustellt. Und ja, du musst einfach sagen, sorry, das hat nicht funktioniert. Ja, und dann gibt es noch Paketdienstleister. Da gibt es diverse. Also es sind jetzt nicht so, haben jetzt nicht so den Datentouch eigentlich. Also man denkt sich, einmal kriege ich ein Paket, okay, was die da gespeichert haben. Auf jeden Fall, ich habe eine Menge darüber machen müssen. Also ich habe mir jetzt sagen müssen, hey, tut mir leid, da fehlt was. Grundsätzlich waren sie sehr positiv. Also es war ein sehr nettes, sympathisches Gespräch mit ihnen. Sie haben auch recht viel schriftlich beauskunftet, haben ja so ein bisschen so einen 360-Grad-Blick gegeben. So ja, was gibt es für Daten, die wir speichern? War auch sehr interessant. Es muss halt sagen, sie haben teilweise die Inhalte geliefert. Also ich hatte den Eindruck, dass es halt teilweise auch sehr aufwendig ist, die Daten einfach rauszuholen aus den Systemen. Vielleicht haben sie sehr viele Systeme, man weiß es nicht genau. Aber da ist vielleicht der Datenschutzbeauftragte vielleicht ein bisschen überfordert oder so. Ich weiß es nicht. Große Konzerne normalerweise, vielleicht sind sie international. Man weiß nicht genau, wie deren Umgang mit Daten genau aussieht. Für mich ist aber das, also ich kann zwar Verständnis zeigen, aber im Endeffekt gilt es dann, das Ergebnis zu prüfen. Was haben wir bekommen am Endeffekt? Genau. Sie haben natürlich auch keine Vollständigkeit geliefert. Also natürlich, sie haben es schon ein bisschen in Aussicht gestellt, dass sie es jetzt nicht wirklich hinbekommen, weil es so viele Daten sind. Und sie haben aber auch gesagt, ja, wenn mich irgendwas in die Richtung interessiert, dann können sie in diese Richtung mehr liefern. So, ja, in dem Ton, der auch keine Richtigkeit bestätigt. Detail und die Datenweitergabe ist ebenfalls sehr unkonkret definiert. Man weiß nicht genau, wo diese Daten hingehen. Daten sind allgemein immer sehr pflüchtig. Heute sind sie hier, morgen sind sie in China. Man weiß nicht genau, was passiert ist. Und, ja, das ist jetzt vielleicht so in der einzelnen Geschichte gar nicht so schlecht. So sagt er, ja, jetzt habe ich die mal zusammengefasst und mir angeschaut, ja, wie sieht das dann aus, wenn man das auf einen Blick zusammenfasst? Das ist sehr gelb und sehr rot. Ja, also im Endeffekt, links findet ihr so quasi die Sachen, die wir im Antrag beantragt haben. Also die Personendaten per se, die Herkunft der Daten, die Rechtsgrundlage, Dauer, Datenweitergabe, Datenkategorie und so weiter. Und viele haben es einfach nicht geliefert. Viele wollen die Richtigkeit nicht bestätigen. Viele wollen die Vollständigkeit nicht bestätigen. Die Datenweitergabe ist sehr allgemein, ist nicht definiert. Ja, das ist, ich habe jetzt auch nicht die Firmennamen hier aufgeschrieben, weil ich nicht der Meinung bin, dass das bei irgendeiner anderen Firma in der gleichen Branche anders ist. Ich glaube, das ist einfach ein Systemproblem. In der Schweiz ist es einfach so, dass Datenschutzfragen einfach keinen Druck haben. Also es gibt keinen Mechanismus, wo du sagst, nein, die haben mir das nicht geliefert, zack, die Datenschutzbehörde oder sowas hilft dir jetzt. Und die müssen jetzt irgendwie eine kleine Strafe zahlen, damit sie das nächste Mal besser sind. Das ist einfach das Status Quo, mit dem wir leben, einfach in der Schweiz. Und das ist jetzt natürlich die Frage, was kann man besser machen. Ja, also ich habe mich mal, das ist mir letztens einfach so, den Stream bei mir im Social Media durchgelaufen. Und das ist lustigerweise passend gewesen. Und zwar das Nike-Manifest aus dem Jahr 1977, also sehr, sehr lang her. Den Ursprüngen des Kapitalismus, den Ursprüngen des Unternehmertums. Und Nike ist ja ein sehr erfolgreiches Unternehmen. Ich habe mir zuerst überlegt, irgendjemand hat das gepostet und hat gesagt, oh, mega, voll die coole, motivierende Haltung. Sie haben ja hier so Sachen, we are no fans all the time. Wir sind, your job isn't done until your job is done. Also so coole Sprüche haben sie drin. Und dann hast du dann, also wenn man genau liest, dann plötzlich so, hä, was ist das? Break the rules? Fight the law? Also was, ja. Also das ist 1977 gewesen. Also ich glaube nicht, dass das in irgendeiner Vision eines heutigen Unternehmens drinsteht. Aber es ist natürlich auch so, jedes Unternehmen will Geld verdienen vorerst. Und wenn jetzt zum Beispiel ein Unternehmen mit der Weitergabe von Daten 20 Millionen im Jahr verdient und eine Strafe von, von, gibt es überhaupt eine Strafe? Also ich glaube, es gibt so eine theoretische Strafe von 250.000, die ein Unternehmen treffen könnte. Dann, ja, weiß ich, dann braucht es einiges an Strafen, bis die dann sagen, okay, gut, also das halte ich jetzt nicht mehr aus. Das muss man sich bewusst sein. Und ja, wenn ich das jetzt meine Erwartungen und Erfahrungen in diesem Bereich zusammenfassen kann, dann, ja, grundsätzlich hatte ich jetzt mein persönliches, so, wenn ich zwischen den Zeilen lese, wenn ich mir so den Eindruck, den sie mir in den Telefonaten, in den Gesprächen, in den Schreiben mir so vermittelt haben, habe ich so das Gefühl, die Datenschutzbeauftragten sind aktuell nicht so wirklich Herr der Datenlage. Sie können nicht wirklich sagen, ob das jetzt alle Datenbanken sind, die sie im Unternehmen haben. Die sind ja auch abhängig von anderen Abteilungen. Dass sie auch richtige Auskünfte liefern. Bei sehr großen Firmen kann das schon mal ein Problem sein, wenn dann jemand sagt, ja, wir haben 4.000 Datenbanken, dann, ja, schönen Tag noch. Also das irgendwie zu strukturieren und aufzuarbeiten, wird dann auch schwierig. Datenweitergabe, wenn ich mir das so zusammengefasst auf den einen Slide sehe, glaube ich, ist das das größte Problem. Das wird sehr stark unter den Tisch gekehrt. Das wird immer von Dritten, von irgendwelchen anonymen Leuten, Auftragnehmern, Nicht-Auftragnehmern, man weiß es nicht genau, gesprochen. Ich würde gerne einmal eine Liste sehen. Das würde mir schon reichen. Dann würde ich sagen, okay, das ist eine gute Geschichte, das ist eine schlechte Geschichte. Darüber kann man reden. Ja, man könnte das jetzt auf die Spitze treiben, dass es eben auch, was bedeutet das, die aktuelle Situation? Die aktuelle Situation bedeutet, dass die Unternehmen keinen wirklichen Respekt haben vor dem Bundesgesetz und damit auch vor dem Parlament. Und ja, da wäre jetzt Politik gefordert, den Respekt auch wieder einzufordern. Aktuell gibt es eben keine disziplinären Mittel. Und ja, vielleicht noch als abschließend von meiner Seite so, was könnte man jetzt tun? Also das ist jetzt eine Momentaufnahme. Das ist nicht statistisch relevant. Das waren jetzt meine Anfragen. Ich als Einzelperson habe mal angefragt. Interessant wäre es natürlich. Die Frage hat man, glaube ich, beim letzten Winterkongress auch schon mal gestellt. Was passiert, wenn 100 Leute die gleiche Firma anfragen? Kriegt sie dann 100 Mal die gleiche Qualität? Ist das ein Systemfehler, also ein systematischer Fehler, den die Unternehmen begehen? Oder ist das einfach, der Datenschutzbeauftragte hat 100 Aufträge am Tisch und dann schaut er halt, welche er schafft und der Rest schickt er einfach so raus? Weiß ich nicht. Das ist jetzt interessant, ob alle gleich werden. Ob das einfach am Mitarbeiter liegt, ob das am Unternehmen liegt. Ist es tatsächlich die Strategie der Unternehmen, niedrige Qualität in Datenschutzauskunft zu liefern? Das ist eigentlich die Frage, die wäre jetzt interessant. Das kann ich aber nicht beantworten als Einzelperson. Deshalb würde ich auch euch dazu einladen, diesen Datenauskunftsgenerator zu verwenden und eure Erfahrungen auch zu melden. Es ist natürlich interessant, wenn man die zusammenfasst, was dabei dann rauskommt, was das im Big Picture dann eigentlich bedeutet. Ja, dankeschön. Herzlichen Dank fürs Teilen deiner Erfahrungen. Wir haben noch etwas Zeit für Fragen, Antworten. Vielleicht habt ihr eine anekdotische Geschichte zu erzählen von euren Versuchen, an eure Daten ranzukommen. Das Saal-Mikro ist offen. Bitte schön. Danke fürs Teilen von diesen Erfahrungen. Ich habe mich auch schon länger mal damit, oder nicht beschäftigt, sondern mit dem Gedanken getragen, so etwas mal zu machen. Eine erste Frage, wie viel Zeit braucht so etwas? Ja, also der Generator nimmt dir schon viel Arbeit ab, grundsätzlich. Also du kannst es ausdrucken. Du musst es dann natürlich als eingeschrieben schicken. Wenn du fünf Probleme hast, musst du es dann nachweisbar machen. Du musst es dann kopieren, dass du es dann auch zu Hause hast. Ich würde so drei Stunden rechnen. Pro Anfrage. Wenn du einen Prozess, also die fünf haben mich so drei, vier Stunden gekostet, das wirklich kopiert, abgelegt, losgeschickt. Also so einen kleinen Trial wie der. Das, was aufwendiger ist, ist dann, wenn du die Antwort bekommst, zu schauen, schimmst du überein, was fehlt, und dann wirklich das Delta nochmal anzufordern und sagen, liebe Leute, fehlt was? Das nimmt dann wieder vielleicht so ein, zwei Stunden in Kauf, den Anspruch, dass du es realisierst. Also bei fünf sind das wieder zehn, also 14 Stunden sind das dann. Also nicht an einem Tag, das zieht sich dann. Okay. Gibt es eine Idee, diese Daten dann irgendwie strukturiert zusammen oder einfach per E-Mail? Oder was ist da die Idee? Ja, also diese Tabelle, die ich ja vorhin gezeigt habe, das ist jetzt die Momentaufnahme von mir, das wäre natürlich interessant zu schauen, ob das sich bewahrheitet, ob da jetzt zum Beispiel 20 Leute das melden, die kriegen immer keine Antwort zur Weitergabe der Daten zum Beispiel. Dann könnte man wirklich ans Unternehmen herantreten und sagen, liebe Leute, wir haben hier 20 Anfragen gestellt, ist das euch bewusst? Wollt ihr so tatsächlich mit den Daten umgehen? Und dann könnte man vielleicht was verändern. Okay, danke. Hello, I'll ask my question in English. So about four months ago, I tried to write to Sunrise, the telecom provider, to ask my data. I wanted to, actually I'd read some article on the website of Digitale Gesellschaft and I wanted to ask for the data that they record for the data retention, which is required by Swiss law. And so I wrote it and it took like three months for them to answer, which is already more than what's required. But they did answer and they asked me to pay 70 francs to be able to get my data. This seems a bit excessive to me. I mean, they should have, shouldn't take two hours of a person working to be able to download it or put it on a CD or whatever. Do you think, like, is there, is it specified on who the burden of proof lies about how much the, like, what's an accessible amount to be paid and is there any ways to fight off that request to pay? And you can answer in Germany if you want. You understand German, right? Yeah. Okay. Also grundsätzlich, es dürfen die, die Anfrage kundsätzlich verlängern. Manche haben das auch bei mir gemacht. Wir haben gesagt, ein Monat ist knapp, wir haben es gerade entdeckt, so we, zwei Tage, und grundsätzlich dürfen sie drei Monate dauern. Es gibt, wenn ich mich recht entsinne, irgendwie so eine Regelung, wo sie sagen, bei sehr umfangreichen Auskünften dürfen sie ein bisschen Geld verlangen. Ich bin's jetzt, weiß jetzt nicht, wie umfangreich das ist. 70, ja, weiß nicht, das ist ein bisschen random hört sich das an. Ich glaube, es gibt dazu eine Ergänzung aus dem Publikum. Ich muss das letztendlich gerade nachschauen, von der anderen Seite her. Es ist im Gesetz beschrieben, bis zu 300 Franken, bei, das ist dann sehr schwammig formuliert, bei erhöhtem Aufwand, so irgendwas, was nicht im Gesetz definiert ist. Ja, also dieser erhöhte Aufwand, den müssen sie erst mal aufzeigen. Also eine Datenbankabfrage ist jetzt kein erhöhter Aufwand per se, aber ich weiß nicht, ich würde jetzt vielleicht mal die 70 zahlen und schauen und könntest du es uns melden und dann fragen wir die, ob das dann jetzt schon als erhöhter Aufwand gilt. Der EDIB beantwortet solche Fragen auch immer gern. Also wenn du wenn du dann die Daten hast, kannst du ja auch bei ihm fragen, so ist das 70 Franken jetzt angemessen, dann kann er dir sagen, wenn es die Branche so macht. Alright, thank you very much. Also ich finde jetzt diesen Ansatz ziemlich spannend. Ich habe bei Algorithm Watch sowieso auch etwas in eine ähnliche Richtung machen, um dann auch die Daten wirklich auswerten zu können, also mit Datenspende-Kampagnen. Also wir haben gerade eine am Laufen zu TikTok, wo Leute einfach TikTok anfragen können, was sind die Daten, die sie über sie haben und wir werten das dann aus. Ja, es ist jetzt ein bisschen so, ich finde es total spannend, was du machst, mit so einzelnen Anfragen, aber ja, was ist so genau die Idee dahinter, weil du hast jetzt einfach Daten für dich selber und du kannst eben jetzt, also aber es ist jetzt wie nicht so, eben du kannst jetzt keine Muster erkennen, in welche Daten haben sie wirklich über Leute allgemein? Ja, also grundsätzlich Daten sind nicht bei Auskunft und TikTok ist ja so ein System, wo man sagt, ja, China verwendet das, um irgendwelche Spionage-Geschichten zu machen, das ist zumindest der, das hört man so, also die Daten, die sie dir nicht geben wollen, die werden sie dir wahrscheinlich nicht geben, also dann wirst du wahrscheinlich so nicht wirklich was Neues lernen, aber vielleicht machen sie irgendwo einen kleinen Fehler und dann kannst du daraus lernen und was bewirken. Hier geht es darum, dass die, dass ich sehr viele Prozesse hier habe von Unternehmen, die quasi nicht funktionieren und sie haben eigentlich keinen Druck wirklich zu sehen, ja, ich möchte mich verbessern, aber wieso eigentlich, ne, es stört den jemanden. Und wenn man jetzt, meine Darstellung war jetzt eine Momentaufnahme, vielleicht war der Beauftragte auf Urlaub, da können sie sich jetzt viel, in viele Richtungen ausreden und trotzdem integer bleiben. Es geht darum, dass wir wirklich auch von vielen Personen viele Erfahrungen haben und durch diese eben, durch diese Masse von Leuten, wenn die alle das so auch darstellen, wie ich das jetzt hatte, dann ist das tatsächlich eine Sache, wo man dann wirklich mit der Unternehmensführung auch reden kann und sagen kann, hey, möchtet ihr wirklich so, dass wir unsere Erfahrungen so auch publizieren, zum Beispiel, ne, und das wäre dann für sie nicht so ideal, ne. Weil rechtlich können wir nicht so wirklich viel machen, also wir können nur ein bisschen Aktivismus machen. Wenn ich es richtig erstanden habe, gibt es bis zu 4% des Umsatzes Strafe in der EU für solche Sachen? Ist es doch besser? Also sie nehmen deine Anfragen dort sehr viel ernster. Also, ich weiß, im Datenschutz ist die Frage besser immer so, ja, also es gibt immer irgendwo eine Lücke, die niemand sieht, ne, also weiß ich nicht, ne, also so eine generelle Antwort kann ich dir nicht geben, aber die investieren auf jeden Fall, wenn ich so Konzerne sehe, investieren sie mal einiges mehr in der EU, dass das wirklich funktioniert, weil sie eben nicht 4% verlieren wollen. Kommt eher selten vor, zu einer Strafe. Ich habe zwei Fragen. Das Erste, also wenn ich das als Experiment anschaue, dann wie lange läuft es schon bei euch so? Also, oder gibt es diese Möglichkeit mit diesem Generator? Genau, also der Generator, da kannst du auf diesen Link, den kannst du dir anschauen und selbst einfach für dich Auskünfte generieren, kannst du einfach so machen. Genau, aber ist das irgendwann im 2010 gestartet oder 2020? Ich glaube, den Gerator, den hat übrigens Benni gemacht. Ich habe einen Teil davon gemacht und ich überlege gerade, in welchem Jahr das war. Ich habe so eine Lücke wegen der Pandemie, ich glaube, das war vor dreieinhalb Jahren oder vor zweieinhalb Jahren, irgendwie so darum. Das geht aber auch nicht weg, das bleibt einfach da. Okay, danke. Na, die zweite Frage, diese diese Schwärzungen, also, also, wenn sie das jetzt herausgeben müssen, ist es nicht schlimm, dass sie jetzt da einen Teil geschwärzt haben oder eben da irgendwie total so unkonkret sind und so, also, oder ist das eben nicht so ein hartes Gesetz? Ja, also, wie soll ich sagen, wenn du im Parkverbot stehen darfst, aber keine Strafe dafür kriegst, also darf der nicht stehen im Parkverbot, aber wenn der Polizist vorbeikommt und sagt, ja, da dürfen sie nicht stehen, das ist alles, was passiert, du kriegst keine Strafe, du kriegst kein Geld zahlen, dann bleibst du da einfach stehen, oder? grundsätzlich. Ja, es ist grundsätzlich gegen das Gesetz, das stimmt, aber es gibt nichts, was du jetzt, du kannst jetzt nicht irgendwie, ja, ich glaube, du könntest es irgendwie klagen, dann vor Gericht, aber das ist sehr teuer. Das könnte man dann schon irgendwie und sonst eben die Masse mit diesem gross angelegten Exzentarbeiten. also, das ist eigentlich will ich jetzt nicht irgendeine Klage machen, das endet meistens für keine Seite gut, aber du kannst auf jeden Fall mit vielen, in so einem Experiment, ja, mit vielen Leuten dann auch versuchen, ein Bewusstsein zu schaffen in der Öffentlichkeit und so die Firma ein bisschen zu zwingen, so, ja, okay, sorry, wir haben das jetzt nicht so ernst genommen, wir machen das jetzt besser, das ist die Idee. Wir müssen hier abschliessen wegen der Zeit, herzlichen Dank, Gabriel.